Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Wizards Lizard, also ein Zauberer's Echse. Geiler Name auf jeden Fall für das Spiel. Und es ist ein Roguelike Dungeon Crawler, quasi so wie Isaac. Ihr werdet auch viele Gemeinsamkeiten zu den beiden Spielen finden. Ich würde einfach sagen, wir fangen gleich mal... Oh Gott, ist das Spiel laut. Okay, muss ich gleich nochmal umstellen. Und wie es scheint, haben wir nur Raga. Und ich habe eben schon mal reingeguckt. Ah ne, ich habe nicht ins Spiel reingeguckt, ich habe nur hier in das Menü reingeguckt. Und ich finde das witzig, dass da der Sound so laut ist. Komm, wir spielen random. Mal gucken, wen wir bekommen. Uh. Okay, ja wie gesagt, ich habe es noch nie gespielt. Wir sind aber eine Echse, der mich ein bisschen auch an einen Drachen erinnert, wenn ich ehrlich bin. Er hat zwar keine Flügel, trotzdem. Wir denken jetzt einfach mal, das ist ein Drache. So, Moose with Left Analog Stick or Deep. Ja, ich habe ein Deep Head und ich kann nicht angreifen, wie es scheint. Aber ich kann in alle Richtungen gucken, immerhin. So, was haben wir hier? Auf jeden Fall sieht schon mal der Anfangsraum... Oh. Ah. 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 Zumindest sieht der Anfangsraum schon mal schön aus. Und die Musik ist mir zu laut, tut mir leid. Dabei ist sie schon auf 10%. Was soll ich denn hier noch weiter runterdrehen? So. Boah. Ne, die ist echt noch. Okay, die muss ich im Nachhinein zurück machen. Egal. Wir sind auf jeden Fall in eine kleine Echse und gehen mal in den nächsten Raum. Da, unser Zauberer. Ah, er guckt glücklich. Hi. Bist du mein Erschaffer? Ah, Raga. Äh... Gerade noch zur rechten Zeit, mein Freund. Ich bin gerade dabei, diese Potion, diese magische Portion, diesen magischen Trank zu beenden. Es wird dich beschützen vor dem Tod. Okay, aber dafür, dass es so grün ist und eher giftig aussieht, glaube ich nicht, dass mich das vor dem Tod bewahrt. Wenn ich ehrlich bin. Bahahaha. Wir haben es geschafft. Mit dieser magischen Potion, äh, mit diesem magischen Trank haben wir den Tod gemeistert. Wie glücklich er aussieht. Oh, hallo, Tod. So. Du wachst es also. Äh. Ja, genau, das könnt ihr bestimmt selber übersetzen. Tod! Du hast keine weitere Power über uns. Silence! Ruhe! Ähm, der Tod ist sehr weit weg von den bösesten Sachen, die geschehen zu dir. Äh, äh, sterblicher. Ja, mein Englisch ist das Beste, was es gibt. Äh, komme zu meinen Krypt und ich werde dir zeigen. Ich werde dir zeigen, was ich meine. Oh nein, Zauberer. Wo bist du? Zauberer. Das endet mich voll an Powerpuff Girls. Yeah, jetzt sind wir ein kleiner Powerpuff Girl. Nur sind wir eine Exe und kein Powerpuff Girl. Oh nein, der Tod hat alles mitgenommen. Was sollen wir jetzt so tun? Wir gehen einfach mal nach oben und sehen. Attack is right on a log stick. Press X to place a totem. Press Y to use Soul Blast. Bitte was? Okay, ich kann dashen. Kostet... Ach ja, das kann man nur alle 5 Sekunden einsetzen, wie da oben steht. Wir haben ein Schwert. Okay, mit dem Schwert können wir also angreifen. Wie witzend sie das denn aus? Die Zunge. Leute, die Zunge. Was ist denn das? Soul Orb. Aha. Und ein Totem. So, warte, was? Press X to place a totem. Ich weiß nicht, ob ich das hier machen soll. Ich weiß auch nicht, was das Totem macht. Ich kenne gar nichts aus diesem Spiel. Ist die Sache. Ha. Auf jeden Fall sammeln wir erstmal ein paar Seelenorbs ein. Welche wir mit Y. Wo ist denn Y oben? Okay, wir können dashen. Das wird wahrscheinlich... Wird wahrscheinlich keinen Schaden machen. Ich weiß es nicht. X Totem. Und Y Soul Blast. Soul Blast sind wahrscheinlich die Bomben in diesem Spiel. Wir reden einfach mal mit den schwarzen Typen hier. Rago. Hallo, kleiner Kerl. Was ist zu deinem Master passiert? Dem Zauberer. Oh nein. Warte. Du musst ihn retten? Okay. Äh. Er wird bei dem Death... Bei dem Todesskrypt sein. Was auch immer Krypt ist. Das ist gefährlich zu... Oh. Nimm einfach mein Stuff. Das sollte eine Anspielung aus The Legend of Zelda sein. Es ist danger, du gehst alleine. Take this. Take this. Und this. Und this. Und this. Okay, wir gehen einfach mal weiter. Museum Lobby. Okay, ich glaube, das hat sogar ein Tutorial, das Spiel, oder wie? Oder ist das bei jedem Spiel... Bei jedem neuen Anfang so, dass das alles erklärt wird. Das wäre nämlich nervig. Egal, hallo. Äh. Der Tod... hat ein Fluch heraufbeschauen auf uns. Das Museum-Artefakt ist jetzt verloren. Für immer geändert in Dungeon-Labyrinthe. Komm später zurück und sieh, was es hier Tolles gibt. Du möchtest den Zauberer retten? Dann geh nach Süden und sprech mit den Stadtleuten. Okay, wo ist Süden? Nie oder Seife waschen. Also unten lang. Town of Amberfall. Oh, immer dieses Englisch. Äh, viele der... ...Stott-Bewohner... ...sind in die... ...Cemetery? Hm... Äh, in die Chemie gegangen, um den Zauberer zu retten. Ich habe Angst. Sie würden nicht zurückkommen. Äh, bitte folge ihnen. Um deine Reise zu beginnen, gehe nach Osten in die... ...Chi...Chi... Wie heißt denn ein Gebäude, wo man Chemie macht? Ich nenne es mal Labor. Geh ins Labor, in die Chemielabor. Sei vorsichtig, Raga. Okay, was hast du hier? 500 Gold. Yay. Kannst du auch mit uns reden? Bitte nimm diese 500 Gold. Es ist alles. Nee, jetzt... Es ist alles, was wir haben. Aber es sollte dir helfen, auf deiner Reise. Äh, rette mehr aus dem... ...aus der... Rette mehr von dem Stadtvolk. In den Dungeons. Um dein Start-Goal zu erhöhen. Achso. Das heißt, man hat hier quasi so einen Anfangspunkt. Und umso mehr Leute man rettet... Oh, man kann die Dinge auch kaputt machen. Umso mehr Leute man rettet, umso mehr kann man dann hier quasi... Lol. Ja! Und umso mehr kann man dann hier... Äh, haben. Dann verkaufen wir wahrscheinlich auch mehr und alles mögliche. Und man kann hier Fußball spielen. Und es macht witzige Furzgeräusche. Oh, mir gefällt das Spiel jetzt schon. Hi. Äh, du möchtest... Möchtest du ein bisschen... Ähm... Fireworks... Was heißt Fireworks auf Deutsch? Hier Silvester und so. Raketen. Raketen kaufen. Ja, möchte ich. Kann mir aber nicht leisten. Kann mir hier irgendwas machen? Oh. Der Brunnen ist gefüllt mit frischem Wasser. Komm und wasch dein Gesicht. Okay. Los. Ich will mein Gesicht waschen. Na gut, dann nicht. Warte. Wir sollten nach Osten gehen. Aber hier unten ist ein alter Opa. Können wir uns alles nicht leisten. Okay. Da kommen... Bekommen wir also... Waffen her. Bessere. Na gut, gehen wir nach Osten, wenn sie uns das sagen. Äh, vernichte den Tod. Okay. Kann ja nicht so schwer sein. Als ersten Gegner den Tod. Easy. So. Ich habe jetzt auch gar keine Ahnung, wie lange so ein One hier dauern wird. Von daher... Ich nehme einfach mal auf und dann gucken wir weiter. Aber ich sehe schon mal, man kann hier einfach alles mitnehmen. Muss ich jetzt hier... Ah ja, okay. Okay. Ist ja interessant. Was bist du für ein cooler Typ? Kann man mit dir reden? Ja. Äh, Entschuldigung. Ich habe nur Sachen... Äh, hä? Rabatt bekommen nur meine besten... Kunden. Vielleicht... Einer in der Stadt kann dir helfen. Oh Gott. Das sieht so aus, als wenn es uns Leben gibt. Achso, hier haben wir noch mal alles zu erklären. Da oben ist halt... Wie ihr vielleicht schon gesehen habt... Unsere Schüsse hier. Unsere Tränen sozusagen. Nur, dass es hier als Schwerter sind. Dann haben wir da unseren Dash. Da irgendwelche Orbs, mit denen ich nichts anfangen kann. Aber egal. Und unser Totem. Mit dem ich auch noch nichts anfangen kann. Aber das kriegen wir bestimmt noch alles raus. Da oben sind noch unsere Leben. Wir haben 50 Leben. Ich denke mal... Einige Gegner sind... Machen mehr Schaden als andere. Und wenn das auf Null ist, sind wir tot. Und da ist noch unser Gate. Genau. Und da unten links ist irgendwie auch so ein Orb. Was auch immer der macht. Und das hier sieht so aus, als wenn es uns blaue Herzen gibt. Das sieht so aus wie aus Binding of Isaac. Dieses Ding, das uns drei blaue Herzen gibt. Okay, aber bis jetzt sieht das Spiel schon recht cool aus. Finde ich. Schauen wir mal, wie die Kämpfe sind. Okay, hier sind keine... Oh. Okay. Okay, doch. Da sind Gegner. Die müssen wir erst da rausholen. Okay. Und scheinbar... Hä? Schieß doch nach unten. Lizard. Okay. Komm, wir holen die alle raus. Wum. Oh. Okay, ich bin gedasht. Und man darf anscheinend nicht über die Gegner dashen. Gut zu wissen. So. Das war unser Orb. Achso, der Orb macht also Schaden. Auch gut zu wissen. Ich habe keine Ahnung, warum der Lizard manchmal so... Komisch nach unten schießt, wenn ich ehrlich bin. Aber okay. Ja, wir haben zehn Zombies getötet. Lila, der Zombies. Sind das etwa Zombies? Yay, wir haben alles vernichtet. Was ist das? Nix. Glühwürmchen. Mehr gibt es hier nicht. Ach, guck mal. Wir haben Leben regeneriert. Wir hatten eben... Zehn Leben verloren. Jetzt haben wir nur noch fünf Leben verloren. Oh, ich verstehe das ganze Spiel noch nicht. Okay. Zumindest ist das Dashen scheinbar nicht gegen Gegner gedacht. Also es macht keinen Schaden. Das explodiert wahrscheinlich. Genau. Okay. Da bin ich ja mal gespannt, was die ersten Items machen. Das ist ja jetzt alles neu. Oh Gott, die können schießen. Ah, lass mich raus. Ah. Ich glaube, ich setze einen auf ein. Aha. Was wollt ihr tun? Das sind scheinbar... Leute, die... Ja, genau. Totengräber. Die können aus der Entfernung aus angreifen. Wie mache ich das Ding hier auf? Geht das irgendwie? Ah. Ah. Ah, ah. Sind wir jetzt stärker? Uh, Twixter-Deckers. Jetzt schießen wir jetzt zwei. Boah. Wer soll uns jetzt noch aufhalten? Keiner kann uns aufhalten. Oh nein, neue Gegner. Oh nein. Was sollen wir tun? Oh, und wir greifen auch schneller an mit den Dingern. Das sind zwei und wir greifen schneller an damit. Ich glaube, ich werde relativ schnell sterben. So wie ich das gerade sehe. Oh Gott. Geh weg. Was ist das? Da sind doch bestimmt Leben drin. Apropos Leben. Wie kriege ich denn mehr Leben? Da darf ich wahrscheinlich nicht gegenlaufen. Das hier verlangsamt uns. Okay. Okay. Jo. Jetzt bin ich mal gespannt. Kann man? Nee, kann man nicht. Ich dachte, vielleicht kann man den... Das Ding ausmachen. So. Das sind wahrscheinlich Leben. Ja. Okay. Obst ist also Leben. Obst bedeutet Leben, Leute. Immer schön Obst essen. Und anscheinend muss man die gar nicht da rausholen. Um weiterzukommen. Geht auch so. Wir haben gleich 2500 Gold. Dann können wir mal in den Shop zurückgehen. Und gucken, was das eine Item macht. Alter. Geh weg. Uli. 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 Ich habe Angst vor diesen Vögeln. Die Vögel sind echt... Ich glaube, vor denen sollte man noch Angst haben. Oh Gott. Geh weg. Ich brauche Leben. Was ist das? Ein Kelch. Okay. Alles nur Gold. Ja. Wie gesagt. Ich weiß nicht, wie das Spiel bisher geht. Aber... Ich finde, es sieht bisher witzig aus. Und... Und... Ist halt ein Dungeon Crawler. Ganz normal. Bei den ganzen Bewertungen, die waren meistens positiv. Allerdings stand da auch oft drin, es ist einfach nur ein Binding of Isaac Klon. Nur in schlecht. Aber ich finde, das macht bisher auch einiges... Anders. Anders. Naja, anders... Ja. Es ist halt ein Dungeon Crawler. Was soll man da erwarten? Alles mit Isaac vergleichen würde ich jetzt aber auch nicht. So. Aber ich habe mir mal gedacht, so ein Dungeon Crawler für zwischendurch. Mal was anderes als Isaac. Wäre ja auch mal nicht so schlimm. Das Einzige, was mich stört, ist halt echt, dass die Musik so unfassbar laut ist. Ah, ich... Ah. Okay, ich weiß, was ich nächstes Mal machen werde, damit die Musik nicht so laut ist. Aber wir spielen ihn diesmal einfach nochmal so. Vielleicht wird es auch gar kein nächstes Mal geben. Ach was, die Gegner kommen wieder? Oder... Ne, die haben wir gar nicht besiegt, oder? Wird mich wundern, wenn die... Wenn die wiederkommen. Komm, wir farben ein bisschen Gold. Bin ich auch mal gespannt, was es so für Bosse gibt. Also hier in der ersten Ebene, sag ich mal, ist das wahrscheinlich der Tod. Weil den sollen wir ja defiaten. Oder der Tod ist der letzte Gegner. Ist natürlich auch möglich. Pow, pow, pow. Und die Zombies sind irgendwie nicht wirklich stark. Aber da habe ich nichts gegen. Komm, wir holen einfach mal alle raus. Schließlich haben wir zwei Messer. Da können wir auch doppelt so viele Zombies vernichten. Genau, das Spiel gibt es auch für 10 Euro bei Steam. Finde ich jetzt ein bisschen teuer. Ich habe das im Humble-Banner bekommen. Also für 1 Euro. Aber ja, sonst für 10 Euro regulär in Steam. Wenn ihr das auch spielen wollt. Ich glaube, ich packe auch die... Den Link zu Steam einfach mal in die Beschreibung. Ja, einfach so. Da müsst ihr nicht suchen. Aber 10 Euro? Ich weiß nicht. Da kann man dann auch lieber Isaac spielen. Glaube ich. Aber ich fand das halt so süß, dass das so ein kleiner Lizard ist. Ich habe eine kleine Echse, die ein bisschen aussieht wie ein Drache. Und deswegen gefällt mir das, dass er die... Oh, das ist alles so teuer. Komm, wir kaufen das für 5000. Charme of Stamina. Wahrscheinlich können wir jetzt mehr Leben haben. Könnte ich mir auf jeden Fall gut vorstellen. Eben konnten wir ja nur 50 Leben haben. Vielleicht können wir jetzt 70 haben. Wäre ja schon nice. Warte, können wir irgendwo... Increased Maximum Health. Ah, hier steht ja sogar alles. Light Totem. Sears Enemy with poor Light equipped to Totem Holster. Aha. Äh. Ah, okay. Wir können aber nicht... Ah, man kann das Hut ausmachen. Achso. Okay. Wir können nicht sehen, was für Items wir haben. Beziehungsweise wie stark wir sind mit diesen komischen Messern. Aber okay. So. Nächster Raum. Nächste Gegner. Oh Gott. Attacke. Oh. Da, ein Totem. Los, Totem. Verdichte alles. Alles. Haha. Ja, was wollt ihr tun? Ihr könnt nix tun. Ich habe ein Totem aufgestellt. Keiner kann gegen meine Totems irgendetwas machen. So. Keine Lust gegen den zu kämpfen. Das heißt, ich gehe einfach mal weiter. Ach, das war jetzt die erste? Ohne Boss? Oh, das war jetzt aber einfach. Ah, okay. Cameretary 2. Und warum muss man am Anfang immer erst mal auf dieses Ding hier gehen? Verstehe ich nicht. Und wo ist das ein Labor? Hier, das ist gar kein Labor. Kann man da auch rauf? Ja. Da muss man wahrscheinlich sogar rauf, damit es weiter geht. Oder? Hä? Was macht denn das? Hä? Assassin's Totem. Okay, das ist bestimmt noch besser. Wie kommen wir da rein? Die müssen besser da reingegangen. Da, schon wieder. Aha. So, wie komme ich da jetzt genau rein? Wahrscheinlich nur, wenn wir fliegen können. Oder? Was ist das? Haben wir schon betätigt. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Bin aber mal gespannt, was dieses Totem schönes kann. Ah. Ein Cage. Die sind viel... Oh. Die sind viel wert. Wie viel Geld werden wir schon wieder haben? Äh. Okay. Komm mal hier hin. Danke. Die sind quasi auch so wie bei Isaac. Diese komischen Dinger. Die gibt's da ja auch. Eine Krone. Die hätte ich gern. Komm. Aktivier das. Oh. 1000 wert. Nice. Da war gar nichts drin. Okay. Dann schauen wir mal weiter. Das ist noch ein Kelch. Überall Kelche. Da. Bam, 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 bam. Okay. Das war richtig schlecht gesetzt. Super. Hat uns überhaupt nichts gebracht. Au. Überhaupt nichts gebracht. Und wieso sind hier Pico los? Oh nein. Geht weg, ihr Pico. Pico los. Ach, das Totem kann man quasi so oft einsetzen, wie man will. Ah, ich verwechsel immer. Hm. Da fand ich das andere Ding aber besser. Ich verwechsel immer B mit dem Totem-Dings. Au. Oh Gott, wir sind gleich tot. Was ist das? Oh, wir sind wirklich gleich... Oh nein. Wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Wir müssen Obst finden. Warum sind die Pikolos so stark? Oh mein Gott. Ich glaube, wir dürfen dieses tote Ding da nicht berühren. Zumindest sieht das so aus und eben war da auch dieser komische Sound, der das bestimmt andeuten sollte. Aber die Krone hätte ich trotzdem gern. Oh. Oh Gott, jetzt wäre ich da fast gegengelaufen. Ich brauche Obst. Oh Gott. Ich brauche Obst. Spiel, gib mir Obst. So. Den Kelch nehmen wir noch mit und schauen mal weiter. Toll. 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 Was hat uns jetzt dieses Maximum Hells mehr gebracht, wenn wir überhaupt gar nicht Maximum Hells haben? Wie mal halt's? Oh nee. Ein Hit noch und wir sind weg. Oh, das ist schlecht. Wieder... Ach, das sind einfach nur... Oh, wir leben wieder. Wir sind ein Engel. Aber wie cool ist das denn? Jetzt ist auch alles so hell. Machen wir jetzt auch noch mehr Schaden? Ist das jedes Mal, wenn wir... Wenn wir sterben? Das waren nur Löcher hier. Deswegen konnte er da rüberschießen. Ich dachte, das wären irgendwelche Steine. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott, die tun weh. Also irgendwie kommt es mir so vor, als wäre dieses Spiel schwer. Das wäre jetzt Isaac. Was muss ich denn jetzt genau machen? Ich bin tot. Kann man sich wiederbeleben? Hat das quasi so ein Wiederbelebungs... Äh... Ja. Ein Wiederbelebungsmechanismus? Warum haben wir zwei Leben? Also ich weiß, dass wir... Wir haben dieses... Am Anfang haben wir diesen Trank getrunken, quasi. Der dem Tod irgendwie trotzen soll. Vielleicht deswegen. Aber wenn man gar nicht sterben kann, wäre ja auch doof. So. Naja. Wir sind auf jeden Fall jetzt erstmal ein Engel. Oh nein. Noch ein Piccolo. Piccolo. Hau ab. Vielleicht ein paar Leben für uns. Nee, aber ein Kelch. Also bisher mag ich das Spiel. Ich muss jetzt nur noch wissen, wie ich irgendwie wiederbelebt werde. Oder sind wir jetzt wieder normal... Nee, wir sind immer noch der Engel. Ha. Na egal. Solange wir noch leben... Ist das ja nicht weiter tragisch, würde ich sagen. Und der Dash bringt dann ja eigentlich gar nichts. Außer, dass man schnell irgendwo anders hinkommt. Oh, ein grünes Messer. Das ist doch bestimmt richtig geil. Poison Sword. Oh ja. Nehmen wir. Nehme ich mit. Mein Poison Sword. Das macht jetzt bestimmt richtig viel Schaden. Pow. Oh, das macht wirklich richtig viel Schaden. Uh. Okay, mal gucken, wie stark wir gegen die Piccolos sind. Ich nenne die jetzt einfach Piccolos, weil sie so grün sind. Uwa. Okay, die Piccolos halten aber irgendwie viel aus. Das gefällt mir nicht. Aber wenigstens one-hitten wir jetzt alles andere. So. Und diese komischen Skelette kommen anscheinend... ...einfach so per Zufall daraus. Okay. So langsam verstehe ich das Spiel. Eventuell. Vielleicht auch nicht. Eher nicht. Pow, pow, pow. Ich weiß halt auch leider überhaupt nicht, wie lange das geht. Ist vielleicht nicht das... Ach, das sind solche Spawner. Ah. Verstanden. Die müssen wir ja so schnell vernichten. Sonst kommen dann dauernd wieder neue Gegner raus. Aha. Gut. Oha. Ja gut. Aber das ist ja auch geschafft. Ist hier vielleicht noch irgendwas? Ne. Aber 25 Leben ist nicht so viel. Oh nein. Totengräber. Zum Glück keine Piccolos hier mehr. Aber dafür diese komischen Krähen. Oh nein, Eule. Geh weg. Gut. Irgendwie gefällt mir das Spiel. Ich mag's. Vor allem wenn alles so hell ist. Dann bringe ich mich nächstes Mal einfach selber um, damit es wieder hell wird. I'm a wizard's lizard. Habt Angst vor mir. Okay, das heißt... Ach guck mal. Man kommt doch nur aus diesem einen Raum hier oben. Jetzt hier unten hin. Aber nicht aus dem rechten Raum. Das ist natürlich komisch. Das heißt, die ganzen Räume sind auf jeden Fall nicht miteinander verbunden. Es gibt also immer nur einen Weg. Ah. Nein. Nein. Weil ich eben angeschrieben wurde. So. Oh, da kriegt man ja Angst. Oh nein, wir sind gleich tot. Bitte gib mir doch was. Nette Kissen. Oh, was ist das? Wizard's Glove. Ach, unten sind unsere Items. Okay. Verstanden. Was macht denn Wizard's Glove? Wahrscheinlich können wir jetzt weiter schießen als eben. Könnte ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass das so ein kleines Range-Up ist. Oh nein. Eh. Töte alles. Die Pikolos sind saugefährlich. Ich glaube, von denen müssen wir auf jeden Fall Angst haben. Oh, überall diese Pikolos. Was soll ich nur tun? So. Ähm. Es wird dann wahrscheinlich heute kein Isaac geben, weil ich jetzt stattdessen das hier gemacht habe. Ich glaube, ein Rogue-Like am Tag langt. Oh. Shit. Nein, ich will nicht sterben. Nicht jetzt. Ich muss doch den, ich muss doch den, ich muss doch den Tod besiegen. Oh, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, wenn ich die da raushol. Aber ich brauch Früchte. Das kommt mir so vor, als ob man hier richtig selten nur Leben findet. Und das ist nicht gut. Aber vielleicht müssen wir auch erstmal die ganzen Items freischalten, so wie bei Isaac. Die ganzen guten. Das kann natürlich auch sein. Und dass wir deswegen noch so schlecht sind, sag ich mal. Oder ich bin einfach nur wirklich schlecht. Kann natürlich auch sein. Komm schon, irgendeiner dieser Zombies muss uns doch mal Obst geben. Letztens hat es uns auch ein Zombie Obst gegeben. Da, aber jetzt wisst ihr noch. Vor circa 10 Minuten, als uns so ein Zombie Obst gegeben hat. Und wir deswegen ein bisschen länger überleben konnten. Das war eine schöne Zeit. Oh nein. Okay, es gibt hier auch Bomben. Gut zu wissen. Ich hätte gerne irgendeinen Shop, wo man Leben bekommt. Und ich wüsste gerne, ob man gegen dieses Feuer laufen darf. Und ich würde... Da, den müssen wir retten. Komm schon. Zumindest den. Oh nein, oh nein. Piccolo. Piccolo aus. Piccolo aus. Oh Gott, wir müssen hier schnell weg. Okay, dafür ist der Dash natürlich gut. Oh nein. Geht weg von mir. Nein. Tot. Oh. Game over. Neun neue Items found. Acht neue Monster gekillt. 125 Schaden bekommen. Okay. Wie schalten wir die neuen frei? Weiß man nicht. Der sieht auf jeden Fall haarig aus. Und der sieht aus wie Isaac. Und der ist wie ein kleiner Teufel. Oh Mann. Okay, wir versuchen es einfach nochmal. Jetzt weiß ich, wie das Spiel geht. Jetzt habe ich es drauf. 500 Start in Gold. Yeah. Oh, ne, da wollte ich gar nicht rein. Ich will dich ins Museum. Was will ich im Museum? Obwohl, wollen wir mal ins Museum gucken? Komm, wir schauen ins Museum rein. Was gibt es denn hier sonst noch? Der Typ ist weg. Das finde ich aber gerade ein bisschen... Ah, hier gibt es dann alle Items. Oh, das ist natürlich cool. Dann kann man sich hier alle Items angucken. Die man bisher hatte. Scheint dann ja richtig viele zu geben. Finde ich nett. Okay. Dann probieren wir es einfach nochmal. Einfach so. Wir müssen immer noch den Tod besiegen. Diesmal kriegen wir das hin. Okay, aber so ein Museum ist halt echt cool. Das gefällt mir. Und dieser Helm sieht auch recht fresh aus. Den hätte ich gern. Oh, da sieht aus wie ein kleiner Spyro, der da drin ist. Will ich haben? Gib mir das. Shopkeeper, gib mir das. Okay, ich würde sagen, wir sollten lieber ganz viel Gold sammeln und dann die ganze Zeit immer in den Shop gehen. Das wäre vielleicht besser. Als einfach ganz schnell hier lang zu gehen. So. Aha, wieso kriegen wir jetzt so viele Früchte hier? Hat das Spiel einfach gemerkt, dass wir richtig schlecht sind und gibt uns jetzt öfters Leben dazu. Aber das brauchen wir noch nicht. Apple. Oh, Apple. Hey, Apple. Wir haben ein Apple. 900 langt natürlich nicht. Oh, wieso habe ich das Ding nicht? Kaputt gemacht. Lass mich durch hier. Ich mag das Spiel. Ich glaube, das kommt jetzt öfters. Ich finde das witzig. Oh. Solche Räume mag ich auch. Wow. Oh. Okay. Sah schon beeindrucksvoll aus. Ist da vielleicht ein bisschen Geld drin für uns? Wäre ganz schön twixtert. Oh, wir sind schneller. Jetzt, jetzt huschen wir hier durch. Wie sonst was. Aber geil. Okay, also in diesen Kisten sind quasi Items drin. Und man darf gegen das Feuer laufen. Okay. Zumindest solange es auf diesen Ständern ist. So. Mich würde halt nur wundern. Oder ich frage mich, wie man die neuen Charaktere freischaltet. Und ob man irgendwie sehen kann, wie stark man ist und so. Oder ob die Stärke einfach nur von den Schwertern abkommt, die man dabei hat. Wenn ihr da Näheres zu wisst, ich bin jetzt über jeden Tipp hier dankbar. Denn so wie es aussieht, werde ich dieses Spiel öfter spielen. Denn irgendwie macht mir das gerade Spaß. Und es ist mal was Neues zu Isaac. So. Boah, wie geil das ist, dass wir jetzt so schnell sind. Oh, okay. Das ist jetzt weniger geil hier. Los, Totem. Vernichte alles. Ich glaube, das Totem ist voll geil. Besser als das von eben. Guck mal, wir haben noch nicht mal ein Leben verloren. Läuft bei uns. Ganz viel Geld. Alles Wein, Geld. Okay, aber warum man das jetzt mit The Binding of Isaac verglichen hat, kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen. Denn Das ist doch ganz anders. Klar, es ist beides dasselbe Genre, aber Genres miteinander vergleichen finde ich doof. Da kommen wir wieder nicht ran. Es ist halt denn, wir können irgendwie fliegen. Ich habe aber keine Ahnung, ob man in diesem Spiel irgendwie fliegen kann. Während wir ein Drache und keine Echse. Was ist das? Oh Gott, da passiert doch bestimmt... Na gut, wir gehen einfach mal in die Mitte. Ich drücke A. Nichts passiert. Okay, keine Ahnung, was das ist. Auch bitte mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, was es ist. Ich habe nämlich keine Ahnung. Aber wir haben recht viel Gold. Oh, war es da kein Gegner? Oh nein, und der hat 10 Leben abgezogen. Oh Mann, wieso kommt da ein Gegner raus? Ich hätte gerne einen Shop. Wir hätten auch eben noch in den Shop gehen sollen, wo wir eben waren. Elven Tunic. Wobei, wir können ja hier nachgucken, was das alles macht. Equipped to feed. Increased soul power, increased speed. Okay, wir sind noch schneller geworden. Oh ja. Oh, wie geil, dass wir jetzt so schnell sind. Ich mag's. Und anscheinend ist das so, dass man... Ah. Dass man gar nicht unendlich Items dabei haben kann, sondern... dass man halt nur eine Sache auf den Füßen tragen kann, eine Sache an der Brust und so. Das wäre natürlich... dann nochmal eine Ecke schwerer als bei Isaac. Oh, eine Stoppuhr, eine Karte. Das kennen wir ja schon. Das kriegen wir sowieso nie voll. Das heißt, das kaufen wir gar nicht erst. Ah, die Uhr ist eigentlich ganz cool. Aber die Karte auch. Was macht die... Ich hole mir die Karte. Blutbund, Monster Manual. Schauen wir mal, was ist das Schönes. Ah, sehen wir nicht mal. Was ist denn... Keine Ahnung. Aber die Musik war eben schön. Und wir sind recht schnell. Aber was? Monster Manual? Monster Manual kenne ich aus Binding of Isaac. Da war es ein Space Item. Und dann hat man ein Monster bekommen. Vielleicht ist das hier auch so. Vielleicht kriegen wir jetzt in jedem neuen Raum, wo zumindest Gegner drin sind, zwei Shops in einer Ebene, okay, wo Gegner drin sind, vielleicht irgendein Monster, das uns dann hilft. Das macht wahrscheinlich, dass wir volle Leben haben, das auch, das auch... Ja, das ist wahrscheinlich einfach nur ein Shop, wo man Leben dazu kriegen kann. Ich kenne die ganzen Items halt noch nicht. Von daher... Alles... Alles Neulein für mich. Killed... Manateer ten times. Gibt es eigentlich Errungenschaften? Muss ich gleich mal nachgucken. Was kriegen wir da? Eine blaue Flamme! Blue Candle! Yay! Was macht die Blue Candle? Man weiß es nicht. Haben wir jetzt einen größeren Lichtblick um uns rum? Tut mir leid, ich muss nachgucken. Blue Candle. Increase Soul Power. Modifies Personal Lightning. Ja. Equipped to Light Hook. Soul Power. Heißt also, unsere Seelen-Orbs sind jetzt stärker geworden, oder wie? Los, mein Tote! Töte alles! Oh Gott! Diese Pikolos, die nerven richtig. So. Das Gute ist, wir könnten theoretisch gleich mal zum Shop gehen und uns da wieder Leben holen. Aber ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Für Geld Leben holen? Naja. Okay, schade. Ich dachte, da wäre vielleicht ein Geheimraum. Das sah nämlich so aus. Aber ich weiß ja nicht mal, ob es Geheimräume überhaupt hier gibt. So. Die Dinger kann man anscheinend nur vernichten, wenn man... Also dieses... Diesen Totenkopf, der hier rumfliegt. Wenn man... Schon einmal gestorben ist. Und ja, das Totem kostet ja anscheinend nix. Das heißt, wir können das eigentlich in jedem... in jeder Ebene einsetzen. Oder in jedem Raum. Ja, wir haben 10 Eulen getötet. Haha. Hast du jetzt Angst vor uns Eule? Ich hätte Angst vor mir, wenn ich dich 10 Mal getötet hätte. Wenn ich mich selber 10 Mal getötet hätte, dann hätte ich Angst vor mir. So, alles tot? Ja. Perfekt. Ich glaube, die Schnelligkeit hilft uns richtig doll. Oh, da sind wir im dritten Chapter angekommen. Ich habe keine Ahnung, wie viele Chapters es gibt. Ist die Sache. Ich habe halt gar keine Ahnung von diesem Spiel. Ich habe auch noch gar kein Video. Doch, ein Video habe ich ja voll schon mal gesehen. Allerdings nur... Also aus dem Kontext gerissen. War kein Let's Play, sondern nur so... Background... Background... Video. Oh Gott, was ist das? Oha! Was war das? Das will ich auch sein. Der sah voll cool aus. Und hier gibt es anscheinend... Tote... Tote Zombies. Was? Was... Was ist das? Der sieht... Ein Werwolf. Oh, der sah voll cool aus. Ah, und das ist Wind. Okay. Hier, ich bewege mich gerade gar nicht. Und das ist Wind, der ihn dann wegschubst. Ach, schau. Ist auch cool. Wow, 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 wow. Warte, warte, was? Uncool. Habe ich gar nicht darauf geachtet. Okay. Ich hoffe, wir gehen hier auch gerade richtig. Okay, Totem. Töte das... Töte alles. Ja! Eine Orange. Und das ist wieder der erste Typ, den wir retten können. Vielleicht retten wir ihn ja diesmal. Und sterben wir jetzt nicht hier vor. Das wäre doch mal ganz schön. Anscheinend kann dann einen diesen... Dieser Totenkopf auch nur wehtun. Wenn... Ach, diese... Wieso können die Wehrwölfe sowas? Ich will das auch können. Ich will auch ein Wehrwölz sein. Dieser Totenkopf scheint einem nur weh zu tun, wenn man einmal schon gestorben ist. Hey! Danke, dass du mich gerettet hast. Ich gebe dir 500 Gold, um dich in der City zu retten, zu beschützen, zu unterstützen. Zu unterstützen, hat er gesagt. So. Mein Englisch ist sehr gut. Gut, dass wir so schnell sind. Und wir haben ganz schön viel Gold. Okay. So, langsam komme ich zurecht mit dem Spiel. Oh, 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 oh. Man sieht die manchmal gar nicht. Wenn die getroffen werden, dann sind sie schwerer zu sehen. Voll doofiastisch. So. Bum, 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 bum. Okay. Ein Schop. Ein Feuer... Oh, ein Flammenschwert. Oh, das sieht... Ich will das Flammenschwert haben. Gib mir ganz viel Gold. Jetzt. Los. Oh, ein Handschuh. Fireproof Gloves. Hatten wir nicht eben schon Handschuhe? Ist das jetzt weg, der Handschuh, den wir eben hatten? Ich weiß nicht, wenn wir jetzt die Chests kaufen, dann ist wahrscheinlich unsere Chests weg. Das sieht aus wie eine Magie-Chest. Aber ich hätte gerne das Flammenschwert. Komm, wir... Wir versuchen mal ein bisschen Gold zu bekommen, damit wir uns das Flammenschwert kaufen können. Das wäre richtig cool. So ein Flammenschwert wäre echt nice. Immer diese Werwölfe, die machen voll die coolen Attacken. Okay, zumindest haben wir hier richtig viel Geld, aber ich glaube, es langt nicht. Also zumindest jetzt noch nicht. Gleich, gleich. Was kriegen wir hier? Ah! Das hat nämlich gerade voll an Dark Souls. Oder Harry Potter. Bei Harry Potter gibt es sowas auch. Ein Mimik. So, so. Blöder Werwolf. Ich brauche Geld. Gib mir Geld. Ich will dieses komische Flammenschwert haben. Das ist bestimmt voll cool. Auf jeden Fall sah es cool aus. Also muss es cool sein. Das finde ich aber ehrlich gesagt ein bisschen komisch hier. Dass man die mal selber da rausholen muss und dann quasi selbst entscheiden kann, ob man die vernichten möchte oder nicht und dadurch ein bisschen mehr Leben haben möchte. Oh nein, ein Boss. Zombie Warlord. Okay, hallo Zombie Warlord. Aha. Interessant, Zombie Warlord. Sowas kannst du also. Unser erster Boss, Leute. Unser erster Boss. Wie cool. Wow, das wird immer größer. Okay. Stirb, Zombie Warlord. Hier, nehme das. Au, oh Gott. Vergessen, dass das immer größer wird. Da muss man ja sau aufpassen. Wie viele Leben der auch einfach hat. Nimm das. Und das. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Wir müssen weg hier. Ich will jetzt nicht beim Boss sterben. Das wäre voll doof. Okay, der ist auf jeden Fall anspruchsvoll. So, wenn er gleich wieder seine Leute beschwört. Ah, kann er gar nicht mehr, weil seine Dinger weg sind. Haben wir zu lange gebraucht, ihn zu töten oder wie? Ich habe so ein bisschen Angst vor dem. Nehme das. Du kannst keine Zombies mehr beschwören. Die habe ich alle vernichtet. Haha. Oh, nein, 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 nein. Einmal noch getroffen werden und wir sind tot. Ja, wir haben den Zombie Warlord getötet. Kriegen wir irgendwas Schönes? Nicht? Öde. Okay, bevor wir gleich einfach sterben, kaufe ich mir lieber nochmal was. Dann haben wir wenigstens ein Item noch freigeschaltet. Kaufwärts das. Wing of Fire Defense. Und Wizards Rope. Das macht die Schönes. Increased Soul Power equipped. Was ist denn Seelen Power? Boah, ich habe keine Ahnung. Decreased Damage taken von Fire. Equipped to Finger. Aha. Interessant. Nehme ich lieber das. Dann nehme ich lieber meine Schnelligkeit mit. War das jetzt ein Boss oder nicht? Wahrscheinlich, oder? Denke ich mal. Mann, aber nur noch ein Hit und wir sind tot. Das finde ich nicht gut. Ach, wir haben es jetzt geschafft. Oh, goldene Truhen. Was ist das Schönes? Earth Totem. Gibt uns das wahrscheinlich Leben, oder? Crushed Enemy with Rocks. Ah, ne. Okay. Komische Schuhe. Spiky Boots und Health Potion. Sehr nice. So, Spiky Boots. Increased Attack. Increased Attack Cooldown. Ach so, das ist schlecht. Increased Attack Cooldown ist schlecht. Equipped to Feed. Das heißt, wir sind jetzt schneller, greifen aber weniger schnell an. Okay. Und hier ist jetzt wahrscheinlich der absolute Final Boss. Ja. Okay. Okay. Seward 1. Oh Gott, das kann ja ewig dauern. Ich hoffe, das ist jetzt auch die finale Ebene. Fürs erste Mal. Oder so. Sonst dauert das hier ja noch Stunden. Ih, was sind das? Krabben? Spinnen? Sieht auf jeden Fall übelst eklig aus und haben auch sau den eckigen Sound. Ih. Das ändert mich hier alles ein bisschen an Metroid. Oh, weia. Hey, was sind das für Gegner? Wir haben eine Laterne. Komm, die müssen wir nicht mehr vernichten. Okay, die sind also auch nur optional. Okay, gut zu wissen. Sorry, wenn ich jetzt am Anfang die ganze Zeit hier nachgucken muss, aber... Modifies Personal Lightning equipped. Personal Lightning. Das andere hat, glaube ich, noch mehr gemacht, oder? Die blaue Flamme. Ja, Soul Power increased. Ne, okay, dann nehmen wir das auch noch mit. Oder können wir weitergucken mit der Laterne? Kommt mir ja fast davor, aber wozu weitergucken? Brauchen wir nicht. Schlüssel. Ach, und dann können wir hier eine Truhe aufmachen. Kauf einen Schlüssel, um eine Chess aufzumachen. Wer weiß, was in ihnen stecken wird. Ja, wer weiß das schon. Ich habe leider nicht genug Geld dafür. Tut mir leid. Ih, was ist das denn? Green Slime. Neuer Gegner getötet. Ja. Komischer. Grüner Schleim. Okay, kann man nicht irgendwie den Shopkeeper auch töten? Und dann klaue ich mir einfach das Zeug, das er dabei hat. Oder das er anbietet. Das wollte ich nicht. Okay, wir brauchen Geld. Ich möchte so einen Schlüssel haben. Ich möchte wissen, was in so einer Kiste drin sein kann. Eine Kiste, die man mit dem Schlüssel öffnen muss. Was schießt da? Was schießt da? Was schießt denn da? Okay. Irgendein Wrestler. Irgendein Wrestler schießt hier auf uns. Da dürfen wir wahrscheinlich nicht rein. Da kann man gar nicht rein. Okay. Gut zu wissen. Ich bin echt mal gespannt, was hier noch so auf uns wartet. Mann, du komisches Wrestler-Ding. Wie, das war doch nicht mein erster Lurker. Ich hab doch... Ah, nee, nee, nee. Der ist dann weggegangen. Okay. Alles merkwürdig hier. Oh. Nein, wir sind vergiftet. Ich hoffe, das macht jetzt nicht über Zeit Schaden. Das wäre ja richtig... Richtig doof. Okay, wir kommen da aber anscheinend auch nicht rüber. Irgendwelche komischen Krabbelfiecher. Voll, voll widerlich. Ich hoffe, die können einfach mal... Nicht irgendwie eine Range-Attacke machen. Scheinbar nicht. Oh, das ist eine Schokobanane. Gib mir diese Sch... Oh nein, da teilt sich irgendwas auf. Ne, was ist das? Egal, ich will die Schokoban... Eine Frozen-Banana. Okay. Um Leben aufzusammeln durch diese Frozen-Banana... Muss man dann also... Oh, kurze Zeit... Sich einfrieren lassen. Oh, geh doch weg. Aber dafür kriegt man dann auch Leben. Finde ich ganz cool. Okay. Was ist das hier? Wo kriegt man so einen Schlüssel her? Und was machen diese Eisdinger? Oh, so viele Fragen. Und nix wird erklärt. So. Auf jeden Fall. Wir haben 8700... Ähm, Gold. Das heißt, ich kaufe meinen Schlüssel... Und mach diese Truhe hier auf. Wir kriegen einen Boomerang. Magic Boomerang. Okay. Ja, warum nicht? Schauen wir mal, wie gut das ist. Tak, 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 tak. Tak, 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 tak. Ach, guck mal, der Cooldown von diesen... Boah, okay, das geht durch die Gegner. Geil, geil, geil. I like that. Aber dafür muss man halt länger warten, bis der Boomerang wieder da ist. Aber er trifft auch auf dem Rückweg. Oh, der Boomerang ist ja richtig heftig. Warum gehst du so einen Boomerang nicht bei Isaac? Wäre da der Boomerang genauso heftig wie hier, dann hätte das was. Und der Cooldown, was ich eben sagen wollte, der Cooldown von dem Dash geht weg, wenn man in einen neuen Raum geht. Das wird wahrscheinlich sowas ähnliches wie der Boomerang sein, nur stärker. Oh, guck mal, ich kann sogar sagen, wie weit der Boomerang fliegen soll. Hier, wenn ich nur so ganz wenig anklicke, dann fliegt er auch nicht so weit. Ah, wie cool. Ah, shit. Finde ich cool. Okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich das Ding hier kaufen soll oder ob ich den Kompass kaufen soll. Wir schauen mal, wie viel Geld wir noch bekommen. Boomerang! Bam, 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 bam. Okay, der Boomerang, der gefällt mir schon mal sehr gut. Boomerang als Waffe. In Isaac ist der Boomerang ja eher blöd, würde ich mal sagen. Aber hier ist der ganz schön krass. Ach, das fängt Sachen ab. Okay. Dieses Eis-Ding. So. Wo ist hier noch ein Gegner? Irgendwo da oben. Äh. Wo ist der Gegner? Und wieso wird es jetzt hier so dunkel? Ach, weil ich die ganzen Lichter... Oh, wie cool. I like that alles. Ja, hier ist noch irgendein... Ah, nee, ist gar kein Gegner. Vergiss, was ich gesagt habe. Haben wir jetzt genug Geld? Nee. Wir kaufen einfach mal. Das, weil wir noch nichts für den Kopf haben. Was ich schade finde, ist, dass das nicht unser Aussehen irgendwie verändert. So wie bei Isaac. Aber sonst... Increase Trickiness. Was ist denn Trickiness? Increase Totem Power equipped to head. Totem... Oh, und der Totem ist stärker geworden. Cool. Ähm. Okay. Aber irgendwie dauert das Spiel genauso lang wie Isaac. Also werden die Parts davon auch so übelst lang. Na, super. Naja. Gehört anscheinend zu Dungeon Crawlern dazu. Aber das Blöde ist halt, ich weiß noch gar nicht, wie lange das hier geht. Das weiß ich, ich kann noch gar nicht sagen. Oh. Wie lange das dauert. Oh, wir können sogar mit den... mit den Boomerang Sachen einsammeln. Ja. Oh, cool. Genau so wie bei... 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 Isaac beziehungsweise The Legend of Zelda, wo das ja auch herkommt. Das... Na, richtig nice. So. No, der macht 10 Schaden. Dein Ernst? Oh nein, jetzt sind hier überall diese Viecher. Ach, guck mal. Als... Okay. Als Toter muss man quasi nochmal gegen die Toten kämpfen. Das heißt, es wird dann alles schwerer, wenn man einmal gestorben ist. Aber man kann es immer noch schaffen. Ist ja schon mal nett. Aber dann kann man auch gegen diese ganzen Geister kämpfen. Oder muss gegen diese ganzen Geister kämpfen. besser gesagt. Oh, weia. Dann müssen wir jetzt wieder aufpassen. Ich hab... Ich will das Ding da kaputt machen. Menno! Was ist das? Wahrscheinlich irgendeine Stachel, oder? Ich traue mich nicht darüber zu gehen. Sonst verliere ich gleich noch Leben. Ah! Oh Mann! Diese blöden Dinge am Boden. Au, was? Okay. Was? Was ist das? Zum... Hä? Oh Mann! Wenn man einmal tot ist, dann ist ja alles richtig schlimm. Gott, wir müssen schnell hier raus. Wo ist hier noch ein Gegner? Da oben. Oh nein! Beim nächsten Treffer sind wir einfach tot. Aber wir haben immer einen einen Typen befreit. Hat doch auch schon mal was. Hey! Ist immer noch ein Gegner? Wo denn? Noch dieses Viech, das in der Lauge da drin ist, oder wie? Hä? Oh, da müssen wir echt die nochmal... Kannst du mir nicht erzählen. War es echt? Achso, das ist nicht jedes Mal, sondern nur... Okay. Okay, das ist aber echt schwer irgendwie, das Spiel. Bisher. Hä? Ich muss echt... Ach nee, ich muss hier darüber, genau. Jetzt vergießen. Da war ja was. Augen? Nein, mit Augen... Wie gesagt, los, wir können Laser schießen. Oh maaa! Ja, gut. Das Spiel ist ja richtig schwer. Okay. 12 neue Items gefunden und 10 neue Monster getötet und einen Typen besiegt und ein Blueprint. Ah, ein Blueprint. Jetzt können wir wahrscheinlich hier irgendwas kaufen. Was gibst du uns? Want to play a game? Möchtest du ein Spiel spielen? Toll. Ich hab den... Aha, jetzt kriegen wir also 1000 gleich von Anfang an. Eben hatten wir nur 500. Und weil wir jetzt einen gerettet haben, kriegen wir jetzt 1000 Anfangsgold. Okay, und ab 1500 können wir uns dann hier Feuerwerk kaufen. Das war der Name davon. Okay, gefällt mir. Ja, dann würde ich aber sagen, war es das für diese Folge. Eigentlich sollte das nur ein Let's Show werden oder Let's Test, aber das Spiel hat mich gerade irgendwie überzeugt. Ja, vor allem dieser Ball hier, der Furzgeräusche macht. Das ist voll witzig. Komm her, du Ball. Ja, und dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir sagen könntet, wie ihr dieses Spiel findet, ob ihr das weitersehen möchtet oder nicht. und ja. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen, liebe Leute. Würde mich freuen, wie ihr auch beim nächsten Mal wieder einschalten würdet, was auch immer für ein Video. Heute kam übrigens auch noch Endergames, vorhin, wenn ihr das noch nicht gesehen habt, seit Ewigkeiten mal wieder. Das war ganz okay, glaube ich. Überall waren Ungeheuer. Überall. Unglaublich. dass so viele Ungeheuer spielen, hätte ich nicht gedacht. Da wollte ich gar nicht rein. Nein. Verdammt. Ja, dann würde ich auf jeden Fall sagen, bis zum nächsten Mal und wow, wins 0, der ist 2. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.